und herzlich willkommen zurück bei Silas of Us ähm ich muss mich jetzt hier weiter wo die Konzentrieren damit ich jetzt hier nicht irgendwie davon neu anfangen muss so das hat mir jetzt sehr viel gebracht man kriege ausschalten so kriege ausschaltet damit wir uns dann wirklich nur auf die beiden großen konzentrieren müssen der andere klicker ist da hinten aber was ist denn wenn wir wenn die krieger uns nicht mit wenn die großen uns nicht mitbekommen und wir einfach nur versuchen die anderen die kläneren fertig machen komm mit elli komm mit komm 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 so elli jetzt versuchen wir uns gleich nein hätte ich mich wäre ich mal nicht gesprintet ach ne 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 und ich verballer noch den den schuss das kann doch nicht sein komm die müssen jetzt hier sitzen aber ich kann ihn nicht sehen ich kann ihn nicht sehen der muss ja gesessen haben oder ich kann sie wieder nicht sehen und auch der saß so ich werde mal kurz ein wenig zu weiter zurücklaufen so jetzt schnell nachhören komm 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 Junge gib alles ach ja wie weit werfen die denn diese scheiß teile das ist nicht normal ey hätte ich mich mal nicht bewegt oder wäre ich mal nicht gesprintet wo sind die hä hä ach da hab ich ne bombe haben wir hier ach gott du gott du gott du gott du gott du gott wann sterben die denn oh Junge komm Junge mach jetzt nicht schlaff komm Junge mach jetzt nicht schlaff komm der muss die müssen doch bald mal alle weg sein äh ey nicht laufen nicht laufen nicht laufen warum läufst du ach schramm stört oh komm ach komm ach man die sterben einfach nicht Ja! Der As ist weg! Ich mach jetzt noch fertig. Oh! Er ist tot! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Oh mein Gott! Leute! Sie sind tot! Ich glaub das waren alle! Nee! Nee! Ich hab's echt geschafft! Scheiße! Wie schon gesagt, ne? Aura Pro Gamer! Nee, Alter! Ich hab's! Boah! Ey, wie ich gerade schwitze! Es ist auch heute eben warm bei mir in mein Zimmer. Ich nehme schon seit über drei Stunden auf oder so. Seit vier oder fünf Stunden schon, Alter! Oh Gott! Ey, ich bin echt gerade fertig! Ich schwitze hier! Boah! Weil das muss ja alles raus jetzt! Weil ich bin dann auch nächste Woche... Oh, ich bin dann nächste Woche auf Klassenfahrt! Und... Wir werden ein paar Zuchel haben, ey! Alter! Und ich hab's wirklich geschafft! Meine Güte! Ich bin grad froh! Im 38. Part! Nein! Nein! Nein, ne? Es ist ja heute! Nein, ne? Es ist ja heute! Nein, ne? Es ist ja heute! Nein, ne? Ja, Schwede! So, warte mal! Sie kann auch links lang laufen! Elli! Na, und auch nicht! Ähm... Na, warte mal! Ich geh mal kurz hier hoch! Pass auf hier! Das Wasser scheint tief zu sein! Hey, das machen wir, wenn's vorbei ist! Was denn? Du bringst mir Spinnen weiter! Na klar doch! Meine Güte, du! So, was jetzt? Ich komm noch nicht dran! Wo? Soll ich tauchen? Jo! Na los! Tauch mal durch! Na los! Hab dich nicht so! Ey! Wollt du schon sagen! Ich bin jetzt drüben! Okay, Moment! Hast du euch runter wollen lassen? Ein Seil? Du, ich hab hier kein Seil, Mädel! Oh, der hat selbst ein Seil! Und noch eine versperrte Tür! Hm... Ja, was mach ich jetzt? Warte, mach ich... Also, was mach ich jetzt mit Elli? Hm... Hä... Ja und? Wann meine ich jetzt? Eiii... 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 Deswegen habe ich es hier nicht gesehen. Ja, Ausrede muss immer da sein. Kommst du hoch? Okay, bleib einfach am Rand. Jetzt ist es flacher. So. Und jetzt... Wollten wir hier mal gucken. Hier, gerade wo... Achtung, oben. Okay. Geh mir den Fuß. Okay. Na komm. Mach dich nicht. Mach dich nicht los, du Arschler. So. Alles klar? Ja. Ich hab mich verstanden. Weg ist er. Mann. Na los. Erreichte Werkstattstufe 4. Und da haben wir auch ein Decht... Okay. Äh... Handwerk... Handwerksbank. Was mach ich denn? Was hab ich? 174, warte mal. So, jetzt hab ich ja... Ähm... Warte mal. Magazinkapazität. Machen wir mal hier hoch. Ähm... Jagdgewehr. Panzerbrechen. Und Schan. Und weiter jetzt, Alter. Meine Hüte, du. Aber wir sind jetzt ganz nah dran, ne? Ja, ja. Ich hab's gesehen. Du wartest hier. Ich bin... Ähm... Na super. Aber da muss ich, glaub ich, jetzt mal tauchen. Ja. Ähm... Hallo? Ich muss rechts lang tauchen. Ja, warte. Ich muss mal kurz auf. Sonst würde ich jetzt ersticken. So, jetzt nochmal. Und... Und runter. Oh, da ist ne Leiche. Hau ab, Leiche. Na gut. So, wo bin ich jetzt? Ja, wenn ich das wüsste. Ich muss da hochkommen. Ja, aber wie komm ich da hoch? Ah, so. Ah, siehste. Der Schox ist klar. So. Ach, da haben wir. Ja, super. Und ich könnte auch gleich hier runterspringen. Gut. Na, komm hier ran. Dann werde ich sie mal hier kurz rüberholen. Und dann... ...wenn ich gleich einen Stopping mal wieder machen. So, warte mal. So, da. Ne, warte mal. Hier. Ach, da ist ne Leiter gut. Los, Ellie. Die... Hm. jetzt ich überlege mir war es so weit weg ich komme nicht an na warte mal dann nehmen wir mal die leiter und schwimmen damit die keiner mit nicht schwimmen mit die fahrten muss jetzt hier durch nach gottchen eine herrhe von hier kam ich ja von hier kamen wir ja na ja leute ist egal und das überlegen uns dann im nächsten war wie wir hier ach da hoch ja genau und dann gehen wir dann im nächsten vater hoch bis zum nächsten mal